Moin moin, Hero Maniacs. Ja, Vergeltungsevent ist gestartet. Ich bin gerade im Livestream unterwegs, habe hier eine Menge Leute, die gerade zuschauen, also nur mal so als zum Einblenden. Wir wollen uns kurz die Cosmetics anschauen, die beim Event heute veröffentlicht wurden. Ich habe tatsächlich schon Lootboxen aufgemacht, das werdet ihr vermutlich morgen sehen, aber ich will heute zumindest für euch kompakt noch die Cosmetics raushauen. Deswegen, wir gehen einfach durch, ich hoffe, ich verpasse nichts. Wir gehen einfach mal komplett der Reihe nach, wo ich tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, bei den meisten Sachen, ich glaube, Arna hat nichts bekommen. Wir gucken so ein bisschen nach den Icons, Sprüche hat sie zumindest. Ich weiß ja nie 100% was alte und was neue Sprüche sind, deswegen hören wir uns einfach mal alle an. Bisschen den Spielsound höher. Der Geist wacht über euch. Okay. Sprays. Sprays gucken wir uns ganz am Ende an, weil Sprays sind immer so ein bisschen nervig rauszusuchen. Gut, gehen wir zu Bastion. Bastion hat ebenfalls kein Skin bekommen, wird aber Sprüche bekommen haben. Okay, wie gesagt, ich weiß nicht, welche Sprüche vom letzten Jahr sind. Wir haben jetzt auch schon Lootboxen geöffnet, dadurch sehe ich nicht, welche die neuen sind, aber ich kann euch einfach die ganzen Archivsachen zeigen, dann wisst ihr, was ist los. Okay, kein Skin für Erna, kein Skin für Bastion. Natürlich, ich meine, Skins wissen wir eigentlich schon, deswegen müssen wir da gar nicht zu sehr durchgehen. Wir gucken nochmal. Ich will mich nicht enttäuscht. Nun mach mal aus einer Feder kein Huhn. Ärmel hochkrempeln und los geht's. Lasst euch nicht mit dem Bart im Briefkasten erwischen. Mit dem Bart im Briefkasten? Erzählt sie uns hier einen Schwank aus ihrer Jugend? So, gucken wir noch ganz kurz. Highlight-Intro ist auch nicht drin. Genau, Sprays gehen wir am Ende durch. So, gucken wir mal bei Diva, kein Skin. Äh, okay, auch nur Sprüche, wow. Oh, das wäre doch nicht nötig. Woo! Es gibt versucht mitzuhalten. Ich hab das Gefühl, du nimmst mich nicht ernst. Woo! Es gibt nichts Besseres. Okay. Okay, also auch hier nichts Neues. Äh, wobei das Problem ist natürlich jetzt, ich weiß nicht, die Sachen... Äh, das Problem ist gerade, ich weiß natürlich, ich muss tatsächlich überall kurz reingucken, weil ich weiß jetzt nicht gerade, was ich gezogen habe und was noch nicht. Ähm, Bart im Briefkasten ist ein Torbjörnspruch, sagen die Leute. Oh, hier, hier haben wir natürlich den ersten neuen Skin, den Talentskin. Finde ich super cool, habe ich jetzt gerade noch nicht aus Lootboxen rausgezogen. Richtig, richtig stark. Also, der, der Skin ist einfach der Wahnsinn. Richtig, richtig stark. Finde ich echt toll. Man kann nicht drüber streiten, weil der ist nicht so super komplex, ob das jetzt unbedingt ein Leggy sein muss für 3000, aber ich finde halt schon, die Doomfist sieht halt Hammer aus. Hammer einfach. So, wir gucken ganz kurz überall sonst rein. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Ich weiß, dass du mehr drauf hast. Ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Ich bin nicht euer Retter. Das ist uns bewusst. So, ähm, Highlight-Intros. Ah, hier, das ist auch neu. Das hätte ich nämlich jetzt verpasst, wenn ich da nicht reingeschaut hätte. Das Kombo, das ist super cool. Es ist einfach super cineastisch geworden. Gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist super gut, diese Kombo. Wow. Richtig, richtig stark. So, gehen wir jetzt zu Genji rein. Ähm, Blackwatch ist vom letzten Jahr. Gucken wir kurz mal in die Modes. Äh, Siegerpose ist auch vom letzten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Wat? Kaidama! Okay. Kaidama heißt also noch eine Schüssel. Das sollte ich mir merken. So, Highlight-Intros ist okay, ist auch nichts bei. Wie gesagt, Sprays gucken wir am Ende nochmal ganz kurz durch. So, Hanzo hat natürlich einen Skin bekommen. Haben wir schon gesehen. Das ist der Nachfolger. Finde ich auch cool. Ich finde sowas jetzt halt besser zu einem Anniversary-Event gepasst. Einfach, weil es so was Edles ist. Auf der anderen Seite ist es ein Archiv-Skin. Das heißt, ähm, es zeigt uns halt Hanzo, wie er damals war, als er den Shimada-Clan angeführt hat. Ähm, dieses Logo habt ihr übrigens, da war ich mir im Video noch nicht sicher damals. Sagtet ihr, das ist dieses Nin-Logo, was auch ein Spray ist im Spiel? Ähm, okay, gucken wir kurz den Rest. Kampfübung war schon vom letzten Jahr. Ähm, wir gucken bei den Siegerposen, ist nichts drin. Unverschämter Hund. Mein Schicksal ist in Blut geschrieben. In Einfachheit liegt Eleganz. Inakzeptabel. Okay. So, ähm, Highlight-Intros gucken wir auch noch ganz kurz. Okay. Chat, falls ich irgendwas übersehe, sagt mir bitte Bescheid. Dann gehen wir nochmal zurück, aber ich glaube, das meiste habe ich auf dem Plan, wollen wir ja kurz reinschauen. So, hier haben wir eine neue Siegerpose von Junkrat. Ähm, bezieht sich natürlich ein bisschen darauf, dass es hier schon mal so ein Foto von gab. Das war damals aus diesem Junkrat-Mini-Kurzfilm, aus dem Heist-Kurzfilm. Ähm, ist ein Kombo-Siegespose im Grunde genommen mit Roadhog. Werden wir uns gleich anschauen. Ja, Waffen schauen wir uns gleich an. Waffen gehen wir gleich nochmal eben kurz durch. Das ist ein guter Hinweis aus dem Chat. Highlight-Intro ist nicht dabei. Okay, wer wird Skins bekommen? Gerade Hanso. Hanso, können wir uns kurz die Waffen anschauen noch eben. Ist ja deswegen es gut, dass ich den Chat dabei habe. So, hier so ein sehr traditioneller Bogen für Hanso. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Passt, passt, passt ziemlich gut. So. Sehr altehrwürdig, möchte man fast sagen, mit der Schlange drauf. Ähm, wer hatte noch einen Skin? Doomfist, ne? Doomfist, äh, Doomfist. Okay, die Doomfist sehen wir hier. Okay, das waren die beiden. So, wo waren wir? Lucio. Lucio hat definitiv einen neuen Skin bekommen. Den hat man im Vorfeld nicht gezeigt. Das ist der Equalizer-Skin. Und das ist der alte Konzept-Skin. Wer sich an das Artbook erinnert. Super cool, dass man den endlich umgesetzt hat. Und gerade auch mit dem bewegten Bein. Finde ich Hammer. Ähm, ich habe im Vorfeld davon gehört, dass der Skin drin ist. War ein bisschen überrascht, dass man ihn nicht geteasert hat. Aber zu gut einfach, dieser Skin. Ähm, auch hier gucken wir uns kurz die Waffe an. Die ist fast ein bisschen langweilig im direkten Kontrast. Aber das hier einfach ist... Alter, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Gut, ähm... Zack, wir gehen ganz kurz den Rest durch. Handstand ist aus dem letzten Jahr. Was für eine Show! Du musst echt lernen, lockerer zu werden. Boop! Okay, Sprüche machen wir damit auch durch. Highlight-Intros ist keins drin. Gut, McCree. McCree hat natürlich auch einen Skin bekommen. Der... Ah, nee, das ist im letzten Jahr Blackwatch. Wie komme ich denn darauf, dass McCree einen Skin bekommen hat, ey? So. Siegerposen. Showdown. Ich weiß nicht, ob das im letzten Jahr schon drin war oder was es diesem Jahr ist. Aber auf jeden Fall ist hier eine Sieger... Es muss auch im letzten Jahr sein, weil wir haben es heute nicht gezogen. Du wurdest eingeschnitten. Werd ja nicht freig. Sieht so aus, als machen wir es auf die Alt hergebracht. Ein Mann muss sich an seine eigenen Regeln halten. So, Sprays. Wie gesagt, gucken wir uns am Ende an. Highlight-Intros ist kein drin. Gut, erste Reihe haben wir. So, kommen wir zu May. May habe ich gerade schon gezogen. Die Pyjama-May. Ich finde immer noch die Topfhandschuhe hier nicht besonders schön. So, Waffe gucken wir uns aber ganz kurz an. Ah, guck mal, hier ist das. Hier ist Mays Waffe quasi, die sie mit einem Becher ge... Lol. Und hier oben ist ein Teebeutel. Warum ist da ein Teebeutel dran? Ich weiß es nicht. Niemand wird es je wissen, ey. Niemand wird jedem wissen, was dem Teufel vor sich geht, ey. So, ähm... Siegerposen. Habt ihr das gehört? Ich bin sicher, dafür gibt es eine vernünftige wissenschaftliche Erklärung. Ich bin nur eine Forscherin. Ich muss mich mit Wissenschaft aus dem Dreck ziehen. Okay. So, Highlight-Intro ist auch nichts drin. Okay, 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 okay. Mercy hat keinen Skin bekommen, weil das ist ja aus dem letzten Jahr schon der. Emotes hat sie keinen bekommen. Ähm, Sprüche. Okay. Okay, okay, okay. Und kein Highlight-Intro. Fast ein bisschen schade. So, Moira hat natürlich ihren Blackwatch-Skin bekommen, der halt einfach richtig gut ist. Und wir sehen ihn hier direkt mit meinen goldenen Waffen. Eigentlich wäre das hier nicht golden. Aber die goldenen... Das sieht jetzt schon ziemlich geil aus. Die goldenen Waffen sahen bisher immer relativ langweilig aus. Aber dadurch, dass hier keine Ärmel dran sind, das wirkt natürlich schon sehr, sehr edel. Das ist zum ersten Mal, wo ich sage, die goldenen Waffen sehen richtig gut aus, Moira. Holy moly, ey. Überhaupt, der Skin ist der Wahnsinn. So, äh, kein Emote. Äh, das ist neu. Ähm, der Erlenmeier-Kolben. Auch halt einfach super cool. Super, super gut einfach. Ich weiß, ich sage heute wahrscheinlich 5000 Mal super gut. Du bist im Irrtum. Das entspricht meinem Geschmack. Ende der Vorstellung. Ähm, aber ich kann es nicht ändern, Freunde. Es sind halt einfach super gute Sachen, die drin sind. So, okay, äh, Orisa. Orisa haben wir uns gerade schon angeguckt. Hat, äh, den hier, den hat der letzte Jahr schon bekommen. Hat aber, ähm, passend zu diesem Hündchen, was sie zum Weihnachtsfest bekommen hat, hat sie jetzt auch eine Siegesposer zu bekommen. Und, äh, ja. Das ist tatsächlich neu. Und ich war mir gerade im ersten Moment nicht sicher, ist es neu, ist es nicht neu. Äh, es ist tatsächlich super geil. Es ist super cool, dass sie dieses mit dem, mit dem Papi so embracen. Es ist einfach so niedlich. Es ist zu niedlich. Der Mond, deutig. Sind Sie mit Ihrem Schutz zufrieden? Ach nee, der. Ich habe nur versucht, behilflich zu sein. Einige Funktionen sind noch in der Beta-Phase. Fehler. Division durch Null. Okay. So, okay. Dann gucken wir noch kurz Highlight-Intros. Auch hier neu. Wir sehen einen Reinhardt, der quasi nur Risa uncharged und komplett versagt. Es ist halt einfach super gut. Es ist überhaupt diese ganzen neuen Herrens. Ich habe es ein paar Mal gesagt, richtig gut. Richtig cineastisch. Gefällt mir. Ähm, ich würde mir fast wünschen, dass man die alten überarbeitet. Okay, Pharah. Pharah, kein neuer Skin. Kein neues Emote. Das ist im letzten Jahr. Keine neue Siegespose. Fliege unauffällig. Kommt her. Nimm es nicht persönlich. Ich bin die Rocket Queen. Es geht nichts über einen guten Kampf. Okay. Highlight-Intro ist nicht drin. Gut. Dann sind wir bei Reaper. Und Reaper hat natürlich seinen supergeilen... Oh mein Gott. Soldier 24 bekommen. Wie gut der einfach ist. Soldier... Äh, Reaper als Supersoldat. Guckt euch mal die Waffen an. Sehen wir hier jetzt auch in Golden. Ähm, aber... Oh, das ist schon... Ist schon ziemlich krank gut. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. Gefällt mir komplett. Ich möchte ja am liebsten direkt freischalten. Aber ich halte mich noch ein bisschen zurück. Weil ich ja nochmal Lootboxen aufmachen möchte. Ähm, so. Sprüche. Hier geht... Rache ist süß. Weiter im Text. Amateure am Werk. Okay. Ähm. Highlight-Intro ist nichts drin. Gut. Kommen wir zu Reinhardt. Also die Hälfte haben wir geschafft, Freunde. Ich kann nicht dafür, dass es so lange dauert. Aber es ist halt... Ihr versteht... Warte mal, ist das hier oben? Das ist vom letzten Jahr. Ähm, wir wollen uns das ja auch in Ruhe alles anschauen. Bevor wir dann gleich den Event selbst spielen. Ähm, ich bin mir hier nicht sicher, ob das neu ist oder ob es vom letzten Jahr ist. Der Kniene. Ich glaube, es ist vom letzten... Es könnte auch neu sein. Ich bin mir jetzt echt unsicher. Ich habe es halt gerade schon aus einer Lootbox gezogen. Bin mir hier echt unsicher. Vielleicht weiß der Chat das. Ob das im letzten Jahr schon drin war oder ob das wirklich neu ist. Was haben wir denn da? Rüchterle. Nur eine Trudel. Unwiderstehlich. Okay. So. Highlight-Intro ist nichts Neues. Gut. Äh, Roadhog. Roadhog hat keinen neuen Skin. Hat kein Emote. Hat eine Siegerpose bekommen. Hier ist das Polizeifoto Nummer 2. Okay, Leute sagen es alt. Die Leute sind sich uneinig. Ich kann es mal kurz einblenden, weil ich habe gerade den Chat ja gefragt, ist das alt oder ist das neu? Und wir haben hier neu, neu, alt, alt. Also die Leute sind sich nicht sicher. Es ist großartig. Es ist so großartig. Okay. Wir sind uns uneinig. Einigen wir uns darauf. Jetzt wirst du eingeseitert. Ach, passt schon. Ich habe Leute schon für wenige umgelegt. Wer sich mit mir anlegt, ist schrottreif. Chat läuft immer noch amok, weil sie nicht wissen, ob es neu oder alt ist. So. Äh, Soldier 76 hat nichts Neues hier. Äh, das ist definitiv vom letzten Jahr. Die Siegerposen. Äh, sch... Wie du meinst. Ich werde auch nicht jünger. Nenn mich ja nicht einen Helden. Okay. So, Highlight-Intros ist auch kein Neues dabei. Gut. Sombra. Sombra hat natürlich ihren Talon-Skin bekommen. Habe ich gerade auch schon rausgezogen. Sieht halt super geil aus hier mit dem hinteren Teil. Ähm, die Waffe sieht halt auch sehr, sehr edel aus. Gerade hier das Talon-Logo. Das hier wird vermutlich wieder keine Relevanz haben, weil wir hatten ja schon mal so ein Skin, wo ein Laserpointer dran war. Ah, die Waffe sieht gut aus, ey. Die Waffe sieht so, so gut aus. Ja, richtig, richtig stark. Ich würde gerne den Translocator sehen. Den können wir hier leider nicht drin sehen, aber... Ähm, ja. Ist halt so. So, okay. Äh, Sprüche. Wenn wir uns mal sagen, was die Ute Lara gesagt hat. Okay. So. Ähm... Highlight-Intros war auch nichts Neues bei. Gut. Dann kommen wir zur letzten Reihe. Symmetra hat natürlich keinen Skin bekommen. Hat keinen Emote bekommen. Das ist auch vom letzten Jahr. Habt ihr etwa ein Wunder erwartet? Ah. Time Pass. Ich nehme deine Meinung zur Kenntnis. Habt Verständnis. Wobei, ich frag mich grad, ist das hier wirklich neu? Weil das gab's ja als Emote. Aber wir sehen's am Preis. Na, ich seh's den Preis nicht. Ich bin mir grad unsicher, ob das neu ist. Hm. Hm. Weil das gibt's ja definitiv als, äh, als Emote. Hm. Keine Ahnung. Ich weh's es nicht, Freunde. So. Geh mal ein Torbjörn rein. Oh, das klingt falsch. Geh mal ein Torbjörn rein. Okay. Torbjörn hat letztes Jahr zwei bekommen. Hier ist nichts Neues drin. Hier ist auch nichts Neues drin. Oh, nur der Stümper schimpft das Werkzeug. Einfach los, Hämmern. Okay, Leute sagen alt für den Symmetra. Okay, cool. Dafür hab ich euch. Das ist auch vom letzten Jahr okay. Gut, Tracer. Die gute Lina hat natürlich keinen neuen Skin bekommen. Äh, auch hier nichts. Nicht schnell genug. Sorry, bin ein bisschen spät dran. Sei nicht albern. Ich hab alle Zeit der Welt. Okay. So, äh, das war's dann. schon, ne? Okay. Gut. Äh, kommen wir zu Widowmaker. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen... Äh, die hat natürlich ihren alten Talentskin. Ich find, der passt nicht mehr so ganz vom Stil her zu den neuen Sachen. Wobei, die Waffe, aber der Rest des Skins halt einfach nicht. Ähm, ist aber wie gesagt was Altes. Ähm, das ist auch alles nichts Neues. Vorrang auf für Chasseur, toujours. Deine Emotionen machen dich verwundbar. Vorrang auf für meine Horrorshow. Oh, da werden sich Toten Hosen definitiv freuen. Ähm, okay. Ja, auch hier nichts Groß Neues. Auch Winston kommen wir jetzt. Der hat natürlich sein Versus-Objekt 28 bekommen. Äh, dieser dicke Gorilla-Arsch, ne? Es ist halt der Wahnsinn, ey. Ähm, find ich weiterhin nicht besonders cool. Auch die Waffe nicht. Es ist... Holt mir nicht ab. Dafür, dass Winston über ein Jahr lang keinen Skin bekommen hat, find ich es zu langweilig. Und ich find, es ist schon gar keine 3000 Credits wert. Weil dafür ist es mir zu sehr an dem dran. Da wär mehr gegangen. Wäre in meinen Augen mehr gegangen. So, Erdnussbutter, das kennen wir schon. Okay. Dschungelfaust! Habt ihr, äh, meine Brille gesehen? Ich bin der Stoff, aus dem die Helden sind. So. Äh, dass man Aufstand spielen kann, ist vielleicht so die Weihsicht. Das haben wir ja schon geklärt, als der Event angekündigt wurde. So, okay. Wo kommen wir hin? Zu Zaya. Und hier werden wir jetzt zwar keinen neuen Skin sehen. Ähm, aber wir sehen... Das ist auch vom letzten Jahr. Wir sehen ein cooles Highlight-Intro gleich. So. Highlight-Intros, Gravizorn, das ist halt super geil. Das ist wahrscheinlich eines meiner Lieblings-Highlight-Intros bisher. Ich mag diese neuen so sehr, weil die alle so szenjastisch sind. Ich hab das Wort szenjastisch als C mal gesagt. Aber es ist einfach so. Es ist zu gut. Es ist einfach zu gut für diese Welt. Krasses Ding, ey. Okay. Äh, achso. Waffe, ne? Ah, ne, war ja keine Waffe. So, das war's schon an Skins, tatsächlich. Waren wir alle Skins gesehen? Hab ich irgendwas verpasst? Gefühlt? Gefühlt hab ich das Gefühl, wir haben irgendwas verpasst. Aber... Wahrsein ist... Das war deine heutige Lektion. Wir wandeln auf dem Pfad zur Erleuchtung. Wenn du nicht die Richtung änderst, endest du womöglich dort, wohin dein Pfad dich führt. Okay, kein... Nein, das ist auch vom letzten Jahr. Ja, Freunde. Das waren alle. Haben wir wirklich alle Sachen gesehen? Ich hab so das Gefühl, wir haben irgendwas verpasst. Wir haben das Gefühl, ich hab irgendwas verpasst, ey. Äh, kein neuer Zenskin, nein. Ähm. Wir könnten nochmal kurz gucken. Das Problem ist mit den Sprays. Tatsächlich, Sprays sind unglaublich schwer zu zeigen. Weil, ähm... Es ist unglaublich viel rausgesuche. Da lasse ich mir immer die Option offen, dass ich eher ein extra Video mache. Hier sehen wir zumindest mal die normalen, die jetzt kommen. Oh, guck mal hier, Pachimari, die abgeworfen werden. Hier sehen wir ein paar der neuen Einheiten, die im Brawl dran sind. Talon-Scharf-Schütze, Elite-Einheit, Assassine... Okay, das sind also die neuen. Jetzt ist halt... Ich werde jetzt nicht für jeden einzelnen Charakter die Sprays raussuchen, Freunde. Dann mache ich potenziell dann eher nochmal ein weiteres Video. Weil das ist halt einfach zu dumm, wenn ich jetzt hier reingehen muss. Und für jeden einfach gucken muss, wer hat was bekommen. Aber es wirkt allgemein ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Also, geht das nur mir so? Ich finde, es wirkt wenig. Gut, das waren nochmal die ganzen Cosmetics, abgesehen von Sprays. Ähm, vielen, vielen Dank für alle, die heute dabei waren und eingeschaltet haben. Ähm, es wird morgen wahrscheinlich das erste Lootbox-Unboxing geben. Und wir werden natürlich, ähm... Hier, Vergeltungsspielen, da ist der Event. Ähm, all das werden wir tun. Ähm, ja, freut mich sehr. Danke fürs Einschalten, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Und, äh, danke, Freunde. Und das ist das Video.